Also viel Diskussion über die Sportförderung. Tanja, wie fühlt sich das an, wenn man sozusagen verantwortlich dafür ist, dass jetzt die Streitereien zwischen diesen Herren, die wir da gerade gesehen haben, nicht noch größer ist? Naja, also für uns ist es immer irgendwie schwierig, auch über die ganzen Förderungen von anderen Sportarten zu reden, weil wir eigentlich darüber kaum was wissen, weil wir wissen nur, wie es bei uns passiert und wir können eigentlich nur zufrieden sein. Dann reden wir mal über euch. Die Diskussion ist ja nicht neu. Wie sieht das aus der Sicht der Sportler aus? Was hat euch das Projekt Rio wirklich gebracht und wo gibt es vielleicht auch noch für die Zukunft Verbesserungsmöglichkeiten? Ja, also das Projekt Rio hat für uns Segel relativ viel verändert. Ich habe ja schon davor ein paar Olympia-Kampagnen gemacht und wir konnten noch nie Material abrechnen, zum Beispiel. Und unsere Sportart ist extrem teuer, also ohne den Förderungen hätten wir so viele Tage, die wir gebraucht haben in Rio, sicher nicht untergebracht. Verbessert. Ja, man kann immer was verbessern. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man die Sportarten sehr individuell behandelt, weil gerade bei uns im Segeln ist eben sehr wichtig, dass wir eben vor Ort trainieren, dass wir die Möglichkeiten haben, dass die Infrastruktur passt. Und ich glaube, dass halt jeder Sportart so ihre spezifischen Elemente hat, auf die es ankommt. Und dass man quasi nicht alle Sportarten und vielleicht auch noch den Wintersport und den Sommersport in einen Topf hat. Und habt ihr dann auch wirklich das Gefühl gehabt, dass das Geld dort angekommen ist, wo es hingehört, nämlich bei euch? Und dass es auch richtig verteilt wurde, was jetzt Material betrifft, Reisekosten etc.? Hat das funktioniert? Also wenn nicht nur für unsere, dann auf jeden Fall. Ja, bei uns ist es auch nicht so, dass wir jetzt das Geld auf unser Konto kriegen und wir das jetzt ausgeben. Also das ganze Geld, wird einmal gesagt, okay, welches Geld steht zur Verfügung? Und der Segelverband arbeitet dann mit diesem Geld, stellt Trainer ein, hilft uns bei der Finanzierung vom Material, von den Reisekosten. Letztendlich organisiert das der Verband für uns. Also es ist nicht so, wie viele glauben, dass wir das quasi in unserer Geldbörsel bekommen. Und okay, das Geld, das wir ausgeben, geben wir aus und das andere behalten wir uns. Also wir sehen davon eigentlich kein Euro, aber es hilft uns oder es ist ein essentieller Teil, um zu trainieren. Rio-Koordinator Peter Schröcksnadler hat gemeint, ihr seid eigentlich ein typisches Produkt des Projekts Rio. Ist das wirklich so oder hätte es diese Medaille ohne das Projekt Rio nicht gegeben? Schwer zu sagen. Also ein Produkt von Team Rio. Ich meine, uns gibt es ja schon länger als das Team Rio. Wir beginnen, also bei mir beginnt die Geschichte schon vor vielen, vielen Jahren. Ich glaube, dass wir auch ein Produkt vom System von unserem Verband sind, die speziell bei mir halt auch, ich habe ja auch einen Unfall gehabt und war verletzt 2009 und der Verband hat daran festgehalten. Also der Verband sagt nicht, okay, heuer läuft es nicht so gut, wir hören auf, dich zu fördern, sondern der hält quasi an die Leute fest und baut sie weiter auf. Und zu den Ups gehören auch Downs und ich glaube, dass das Team Rio-Projekt auf jeden Fall auch dann mitgeholfen hat in dieses ganze System, hat es halt gut reingepasst. Wie war das damals, Daniel? Die Nagra-Klasse ist eigentlich neu gegründet worden für die Olympischen Spiele. Habt ihr euch dann zusammengefunden und habt gesagt, okay, das Boot taugt uns, wir passen gut zusammen, das probieren wir aus und dann ist sozusagen es mit der Förderung losgegangen oder wie hat sich das abgespielt vor vier Jahren, wie die Nagra-Klasse olympisch geworden ist? Ja, eigentlich mehr oder weniger. Also ich habe das einfach als gute Option gesehen, dass ich direkt von der Jugendklasse in eine olympische Brustklasse steige und fand es irgendwie cool, dass gerade eine neue gekommen ist. War halt irgendwie recht interessant auch. Und ja, dann sind wir einfach mal so sälen gegangen, haben gesagt, schauen wir mal, wie es uns am Boot geht, einmal gut zusammenpassen und sind dann eigentlich auch gleich direkt vom Verband unterstützt worden, also von Anfang an. Also das hat gut geklappt? Ja, das hat gut geklappt. Das Team Rio-Projekt ist ja fast ein Jahr oder ein dreiviertel Jahr nach uns gekommen. Davor hat das ja noch Team Rot-Weiß-Rot geheißen. Und wir waren von Anfang an drinnen und das hat dann ganz gut geklappt. Schauen wir mal auch über die Grenzen hinaus, zum Beispiel zu unseren Nachbarländern. Die Schweiz, die hat sieben Medaillen gemacht bei In Rio, drei davon in Gold. Ungarn hat es auf 15 Medaillen gebracht, acht davon in Gold. Hat man als Sportler eine Erklärung, warum das so ist, warum die anderen Nationen, vergleichbare Nationen, sage ich jetzt einmal, wesentlich besser abgeschnitten haben als wir? Also für mich ist es schwer zu sagen, weil ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das bei denen abläuft. Wir haben, oder ich zumindest, auch wenig jetzt Kontakte, wo auch hinterfragt wird, wie sie quasi arbeiten. Und es ist auch schwierig, noch schwieriger von anderen Sportarten dann überhaupt zu reden. Also bei uns. Ich glaube, das ist ganz witzig, weil die Spanier und andere riesige Segel-Nationen, Italiener zum Beispiel, die fragen sich dasselbe über den Segelsport. Wie kann Österreich, das keinen Zugang zum Meer hat, wo wir in Österreich nicht die besten Trainingsmöglichkeiten haben, aufgrund der geologischen Lage, wie kann dieses Land erfolgreicher sein im Segelsport die letzten 20 Jahre, als Spanien oder Italien, wo rundherum Meer ist. Also ja, ich glaube, es beginnt von klein auf. So in vier Jahren kann man keine Wunder vollbringen. Das muss man einfach kontinuierlich daran arbeiten und vor allem dranbleiben. Aber ihr applausert es da offensichtlich schon mit der Konkurrenz und seid, was jetzt auch die Fördermittel betrifft, offensichtlich dann im Vergleich zu anderen Nationen konkurrenzfähig im internationalen Vergleich. Ja, dieses Mal war man konkurrenzfähig, auch wenn wir auch verglichen mit Spanien, England. Also die 20 Millionen, die da in den Sport geflossen sind in vier Jahren, das kostet denen ein müdes Lächeln, weil das verbraten die in einem halben Jahr. Aber ja, wie gesagt, irgendwo muss man mal anfangen. Dann schauen wir jetzt einmal zur gemeinsamen Zukunft. Wie schaut es denn aus eigentlich? Ich habe immer wieder Interviews gehört nach diesen Olympischen Spielen in Rio. Da habt ihr immer gesagt, naja, wir müssen das jetzt einmal verarbeiten und dann schauen wir im Herbst oder dann beobachten wir auch vielleicht neue olympische Bootsklassen, wie das in Tokio dann aussehen könnte. Kann es eine gemeinsame Zukunft geben, eventuell auch in der Nagra-Klasse für Tokio 2020? Ja, also es ist nichts ausgeschlossen, aber es stimmt halt wirklich, dass frühestens im Dezember will mal der Weltsegelverband die ersten Bootsklassen oder die ersten Überlegungen preisgeben. Und bis dahin ist es halt schwierig, irgendwas zu überlegen. Also wir haben schon extrem viele Möglichkeiten gehört, ganz viele Optionen und wir müssen halt wirklich abwarten. Aber was ich zum Beispiel nicht gehört habe in diesen ganzen Interviews, auch jetzt nicht, waren zum Beispiel so Aussagen wie jetzt haben wir die Prosmedaille gewonnen, jetzt haben wir Lunte gerochen, jetzt wollen wir in Tokio Gold. Warum so zurückhaltend? Ja, weil es schwierig ist, Versprechungen zu machen. Natürlich, das Feuer brennt und wenn es nur irgendwie geht, dann wollen wir natürlich weitermachen. Oder kann es sein, dass ja auch vielleicht jetzt, ist ja durchaus legitim, jeder einzelne andere Interessen hat und man sagt, okay, wir haben die Prosmedaille geholt, das war unser großes Ziel und jetzt gehen wir getrennte Wege. Ist das auch eine Option? Bis jetzt noch nicht diskutiert. Aber wir haben zum Beispiel auch die Option gehört, dass der Nackerer jetzt wieder so ist, dass nur Männer am Boot fahren und nur Frauen, also quasi wieder getrennt. Und dann muss man sich natürlich was anderes... Das heißt, da würde dann nichts anderes überbleiben. Ja, genau. Was wäre da eine Option? Lara Wadler vielleicht? Ich glaube, die fährt mit Jola weiter. Wie schaut die Zukunftsperspektive von Thomas aus? Ja, jetzt einmal... Wollen Sie dem Segelsport erhalten bleiben oder gibt es beruflich andere Ziele? Ja, ich würde auf jeden Fall, also wenn es geht, der Wunsch ist natürlich, dem Segelsport erhalten zu bleiben. Es ist immer schwierig, weil die letzten vier Jahre, wir waren nur unterwegs und dann denkt man sich, okay, wenn man die Olympiamedaille macht, dann ist einmal alles draußen und vielleicht macht man dann auch was anderes. Aber jetzt, wo man sie in der Tasche hat, sage ich mal, ist schwierig zu sagen, ich mache was anderes, weil es einfach der beste Job ist, den es gibt. Was könnten denn für andere Bootsklassen entstehen für Tokio 2020? Wie groß sind die Chancen, dass Nagra 17 erhalten bleibt und auch sozusagen im gemischten Doppel? Gibt es da schon irgendwelche Anzeichen? Also ich glaube, dass der Nagra generell erhalten bleibt, ist meiner Meinung nach schon groß. Aber es ist die Frage, sie wollen ihn vielleicht ganz vollend machen, also dass er ganz fliegt. Oder, wie ich vorher schon erwähnt habe, wieder getrennt, Mann und Frau. Ja, es gab erst vor zwei Tagen so eine interne Konferenz mit den Seglern um ihn, mit Nagra. Und da ist schon die Message rausgegangen, dass er so, wie er jetzt war, den es nicht mehr weitergeben wird. Also es gibt einen neuen Bootbilder und sie wollen ihn eben ganz vollend machen. Entschuldige, ganz was? Ganz vollend fliegend, so wie der Amerikas Cup. Was würde das bedeuten? Wäre das für euch interessant? Ja, wäre sicher interessant, aber es verändert natürlich auch die Konstellation am Boot vielleicht, weil wenn er vollend ist, müsste man auch wahrscheinlich um einige schwerer sein. Und ja, wie gesagt, wir wollen uns da wirklich nicht festlegen. Merke ich schon. Ich habe aber auch gehört, Tanja, dass Sie ganz gerne mal das Steuer übernehmen wollen würden. Sie gelten ja als großes Talent im österreichischen Segelsport. Stimmt das? Wäre das eine Option? Ja, es wäre vielleicht eine Option, wenn eben der Nagra dann quasi wieder zwei Frauen am Boot sind. Aber auch das ist offen. Also noch nicht festgelegt. Und falls nicht zwei Frauen am Boot sind, hätte er wahrscheinlich was dagegen. Ja, schauen wir mal. Wie schaut denn jetzt die nähere Zukunft aus? Also wenn wir uns jetzt ein bisschen trennen von Tokio 2020, wie geht es in den nächsten Monaten weiter im kommenden Jahr? Wird es noch gemeinsame Wettkämpfe geben? Ja, heuer ist schwierig, weil wir haben eigentlich nur noch einen Wettkampf in Australien, aber es geht sich kaum aus, das Boot rechtzeitig hinzuschicken. Und es ist halt immer nach den Spielen, ist einerseits vor den Spielen, aber auf der anderen Seite gibt es dann auch immer so ein kurzes Vakuum von ein paar Monaten. Ja, wir werden uns fit halten und auch zwei, drei Wochen auf Urlaub gehen eventuell. Die letzten Jahre ist sich gar nichts ausgegangen. Ja, mit unseren Partnern, die haben von uns nichts gehabt die letzte Zeit. Ja, ansonsten, wie gesagt, fit bleiben und sicher auch ein bisschen segeln. Und fleißig Hände schütteln, da kriegt man wahrscheinlich schon langsam einen Muskelkater, oder? Ja, wird noch ein bisschen auf uns zukommen. Dann bedanke ich mich sehr herzlich fürs Kommen ins Studio. Dankeschön und alles Gute für den weiteren sportlichen Weg, egal wohin er auch führt. Wir hoffen, dass es ein gemeinsamer wird. Dankeschön. Danke.